So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB. Es ist Dienstag, der 25. Juli 2023 und wir wollen uns natürlich einen Blick auf die Märkte gönnen. Beziehungsweise einen Blick gönnen heute vielleicht mal auf den DAX, der ist eigentlich gar nicht so spannend, aber eventuell skizziert sich da ein mögliches Szenario heraus, was wir jetzt schon mal vorab thematisieren wollen und mit Ausblick auf die FED morgen eventuell so ein bisschen in Frage stellen sollten. Ein möglicher Breakout aus dieser engen Handelsspann, aus dieser engen Range, die sich dort herauskristallisiert. Was wollten wir sehen, damit wir die Long-Seite in Betracht ziehen? Was wäre ein nachhaltiger Bruch? Was wäre tatsächlich eher ein Fehlausbruch? Man könnte einen Kursverlauf da bieten lassen, sich da bieten lassen, wie vergangene Woche am Mittwoch. Darauf wollen wir heute mal einen Blick werfen und wie gesagt, morgen wird es dann spektakulärer. Morgen haben wir dann auch die Microsoft, die Google Earnings natürlich, auf die wir einen Blick werfen wollen. Morgen haben wir abends die FED, also morgen ist die Agenda packt, heute wird es nochmal ein bisschen dünner, aber nichtsdestotrotz, wir machen was draus. Bevor wir starten, zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet, bevor man mit dem Handel beginnt. Erstellen mal ein bisschen sein persönliches Risikoprofil und oder lass ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xdb.com slash dekostnuss eine Demo herunter. Teste den Handel risikofrei, schau, ob das persönliche Risikoprofil mit diesem Produktprofil, Risikoprofil von CFDFX Produkten korrespondiert. Sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man natürlich auch die Möglichkeit ein Live-Konto zu öffnen. Diesbezüglich alle Informationen auf xdb.com slash de, da findet man auch den vollständigen Risikohinweis. Darüber hinausgehend gerne die Möglichkeit nutzen, wenn es Fragen gibt zu xdb als Broker, zur Handelsplattform, zur X-Stationer also oder beispielsweise auch zur angebotenen Produktpalette. Hier gerne, wie gesagt, den Kundensupport kontaktieren, börsentäglich um entsprechende Informationen dann hier zu erlangen. Darüber in eigener Sache wichtig, alles was ich jetzt hier präsentiere, sind wirklich reine Gedanken meinerseits, Gameplans. Es ist nicht bitte Mist zu verstehen als Anlageempfehlung, das ist es auf gar keinen Fall, ausdrücklich nicht, sondern es handelt sich hier um ein rein informatives, edukatives Event. Und die Inhalte, die kann man, wie gesagt, für sein Trading gerne nutzen, man kann gerne Fragen stellen unterhalb des Videos am besten, aber nicht bitte als Anlageempfehlung missverstehen, das ist es nicht. So, bester CFD-Broker des Jahres 2023, xdb. Die Gründe, die dazu geführt haben, finden sich hier in der Mitte. Und gerne, wenn man sich ein Bild hat, bereits von xdb als Broker machen können oder machen wollen und festgestellt hat, das ist ein cooler Broker, dann würde sich xdb gerne oder sehr über die Stimme freien bei der Broker-Vergleich Online-Broker 2023 Wahl. Einmal den QR-Code hier scannen oder beziehungsweise die URL-Line tippen für xdb abstimmen und eventuell sogar mit etwas Glück tolle Preise gewinnen. Und die xStation könnte einer der Gründe sein, weswegen man hier an dieser Stelle dann für xdb abstimmt bei dieser Broker-Vergleichswahl. Und dann werfen wir hier einen Blick in die xStation und einen Blick auf den DAX, einmal auf Stundenbasis. Und wie gesagt, ist jetzt ein bisschen zäh, alles was wir jetzt zum Thema machen, aber wir wollen das aus trading-technischer Sicht, wollen wir das zum Thema machen. Sieht schon danach aus, als wenn es nichts geworden ist auf der Oberseite. Aber sollte es noch was werden, wie gesagt, dann haben wir ein mögliches Szenario. Und zwar, wir haben eine sehr, sehr enge Handelsspanne, die wir jetzt ausgebildet haben. Und ich denke vor, ganz besonders der Fett der Leitzinsentscheidung morgen sind keine bis gar keine Impulse zu erwarten. Ein nachhaltiger Break aus dieser Range. Innerhalb der Range möchte ich den DAX überhaupt gar nicht handeln. Also ich möchte sehen, dass wir rausbrechen, über 16.3 auf der Oberseite oder unter 16.100 auf der Unterseite. Und würde dann entsprechend eben auf den untergeordneten Zeitebenen mich positionieren wollen. Übergeordnet, solange wir innerhalb dieser Spanne handeln und keine frischen Impulse gesehen haben, die uns aus dieser Range brechen lassen, ist der DAX nicht sonderlich interessant. Ich hatte jetzt hier schon bereits ein Szenario einskizziert gehabt. Es ist offensichtlich schon hinfällig. Hat sich schon erledigt gehabt an dieser Stelle. Aber wir wollen es doch vielleicht mal kurz zum Thema machen. Vielleicht kommt ja doch nochmal eine Nachfrage rein. Wir sind jetzt 10 Minuten in der Kasse. Ungefähr Xetra-Eröffnung kurz nach 9. Das bedeutet vielleicht sehen wir nach einer Preisfindungsphase doch nochmal einen Drive höher und einen entsprechenden Break. Sollten wir den zu sehen bekommen, sehe ich die Gefahr. Und wenn man nochmal kurz zurückkommt hier auf den Handelsverlauf, den wir hier auf der Stunde erkennen können, sehe ich die Gefahr, dass wir vor der FED morgen einen Fehlausbruch auf der Oberseite sehen. Und dann aus diesem Fehlausbruch natürlich sich eventuell Breakout-Trades herauskristallisiert haben, die sich dann eher ins Negative entwickeln. Das heißt, uns stellt sich die Frage, wie könnte man die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass, wenn es einen Breakout geben sollte, dieser Breakout dann nachhaltiger Natur ist und wahrscheinlicher erfolgreich. Und dafür, wie gesagt, möchten wir gerne einen nachhaltigen Bruch zu sehen bekommen, wo ich sagen würde, dem würde ich einen sogenannten Time-Stop geben. Also Time-Stop, kann man es vielleicht sagen. Und zwar möchte ich sehen, wir wollen drüber laufen, über die 16.300 auf der Oberseite, vielleicht auch über die Hochs der Vorwoche, oberhalb von 16.300 und dann mindestens eine halbe Stunde oberhalb dieses Levels halten. Und zwar nicht nur im Sinne von, wir spritzen rein und stechen drüber und laufen dann einfach weiter, sondern wir laufen rein und dann konsolidieren wir. Es ergibt sich ein ganz natürlicher Widerstand, weil einfach schon das Risikoverhältnis technisch unattraktiver wird, den Breakout weiter zu traden. Und dann sehen wir eine entsprechende Konsolidierung oberhalb dieses Niveaus in einem Zeitfenster von ungefähr einer halben Stunde. Und dann würde ich gegen den EMA, beziehungsweise vielleicht an dieser Stelle, also oberhalb des EMA 50, diese orangefarbene gleitende Durchschnittslinie hier, würde ich dann mit einem Break aus dieser Range höher mir vorstellen können, mich long zu positionieren. In Erwartung eines Drives, vielleicht sogar in Richtung nochmal der Allzeithochs. Andernfalls, wenn wir diese Nachhaltigkeit nicht zu sehen bekommen, auf der Oberseite besteht die Gefahr, dass wir einen Kursverlauf zu sehen kriegen, der sich ähnlich darstellt, wie das, was wir letzte Woche am Mittwoch zu sehen bekommen haben. Wo wir kurz über diese Hochs stachen und dann sofort initial wieder abverkauft worden sind, sogar verhältnismäßig schwach geschlossen haben. Am Donnerstag hat sich ja dann besonders im Nasdaq auch weitere Abgabedruck noch gezeigt, der sich dann hätte vielleicht sogar trendtechnisch auf der Unterseite, wohlgemerkt in den US-Märkten, handeln können. Nicht, dass das jetzt ausgegangen ist vom DAX an dieser Stelle, aber das wäre halt so ein klassischer Fake-Out-Move gewesen, wo man sich das mal kurz visualisieren könnte, wie sieht das aus und was wollen wir im Gegensatz dazu sehen. Also den Break höher ja, aber dann willst du eben sehen, dass wir in diesen Gefilden hier konsolidieren, um dann ein nächstes Leck auf der Oberseite anzusetzen. Wie gesagt, wir sind jetzt in der Preisfindungsphase, die ersten 15, 20, 30 Minuten vielleicht. Warten wir mal ab, ob sich das Bild noch so herauskristallisiert. Derzeit sieht es erstmal nicht danach aus. Das bedeutet, mit hoher Wahrscheinlichkeit sehen wir ein sehr, sehr neutrales Treiben schaffen in den kommenden Stunden, auch wenn es historisch und sich statistisch belegen lässt, dass wir in die FED die letzten 24 Stunden eher eine bullische Drift zu sehen bekommen. Also das bedeutet, mit Ausblick auf morgen Abend, 20 Uhr, wenn die letzten Entscheidung ist, haben wir die Tendenz, in diesen 24 Stunden vorher, also ab Dienstagabend, eine eher bullische Drift zu sehen zu bekommen. Und dann werden die Karten komplett neu gemischt und es werden entsprechend hoffentlich frische Impulse eben tatsächlich geliefert. Das heißt, das würde eigentlich eher zu dieser Long-Tendenz hier beitragen, zumindest aus rein statistischer Perspektive. Wir hatten einfach meine Dinge, die da kommen. Um das vielleicht ganz kurz auf ein aktives, aktuelles Beispiel anzuwenden, nochmal ganz kurz einen Blick auf einen Einzeltitel, wo sich die Konstellation herauskristallisiert hat und was ich ganz, ganz eng verfolge, auch gestern verfolgt habe. Bis dato aber noch kein Break stattgefunden hat. Und zwar in Rivian, E-Autobauer, potenzieller Tesla-Konkurrent. Und auch da könnte solch ein Szenario stattfinden. Auch da ist das aktuell, wir sind Range gebunden offensichtlich und wir schaffen es nicht über, in dem Fall auf der Oberseite, die 26, 50, 27 zu brechen, beziehungsweise nicht nach unten zu brechen, unter die 24, 23, 50 ist es auf der Unterseite. Da wäre das eine gleiche Herangehensweise. Also das heißt, dieselbe Überlegung in Bezug auf einen nachhaltigen Bruch, wo man dann vielleicht solch ein Szenario heute schon zu sehen bekommt, je nachdem, ob wir, wie gesagt, im Einzeltitelbereich dort Impulse erwarten sollten oder erwarten dürfen. Und dort wäre es dann eben so, ich möchte derzeit noch nicht positioniert sein. Ich war letzte Woche Donnerstag positioniert, in Freitag hinein und hatte gehofft, dass wir da einen Drive, einen sehr dynamischen Bruch höher zu sehen bekommen. Das hatte sich auch kurzzeitig gezeigt, aber dann sind wir sehr, sehr hart zurück in die Range zurückverkauft worden. Wir sind offensichtlich also noch nicht fertig mit dem Bilden dieser Range. Und was ich jetzt sehen möchte, ist, um die bullische These bestätigt zu sehen, aber vielleicht auch, um dann, ich bin frei genug oder beziehungsweise geistig flexibel genug zu sagen, ich nehme auch die Unterseite. Also je nachdem, auf welcher Seite wir ausbrechen, ich glaube, der Bruch wird auf jeden Fall sehr dynamisch erfolgen. Und wir sollten dann auch einmal ein Kursziel auf der Oberseite haben, ausgehend von einem Aufklappen dieser Range, sowohl auf der Oberseite 3 Dollar, als auch auf der Unterseite 3 Dollar. Das heißt, Bruch über 26,50, 27, projiziertes Kursziel 30 Dollar nach oben, Bruch unter 23,50 auf der Unterseite, Kursregion um 20 Dollar, 20,50 ungefähr, knapp oberhalb vielleicht. Und auch hier gilt, du willst einen Bruch sehen und einen Halten und dann eben nicht nur einen dynamischen Break, sondern eben ein Halten über ein bestimmtes Zeitfenster, um den Bruch als nachhaltig sich herauskristallisieren zu lassen. Wir haben hier diverse Versuche gesehen, über die 27, 26, 50, 27 zu brechen, aber wir haben es eben nicht geschafft, nachhaltig oberhalb des Niveaus zu halten, sondern wir stachen rein und sind sofort wieder rejected worden. Und das wäre genau dieselbe Überlegung wie hier, nur dass wir eben sagen, wir sehen den Bruch höher und laufen dann 30 Minuten drüber, um dann das nächste Leg auf der Oberseite uns eben anschließend zu sehen. Und soweit für heute. Also, morgen gibt es dann mehr zu den Märkten rund um die Microsoft und die Google Earnings. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Habt euch wohl. Bis dann. Und tschüss.